da ist die Euro die wollen alle zu mir das ist nicht gut ich muss mich echt beeilen durchzukommen sterbe ich direkt an aber das ist auch eine gute Frage oder nicht hier krieg ich nicht tot Augenstein okay also hier war ich ähm zu scherzen tragen bis ich die Dinger tot habe jetzt sperrt mich das Vieh hoffentlich nicht ein was ist hier was ist das für ein Scheiß ich meine im Lavabecken war ich ja jetzt schon aber ist das da richtig muss ich da weiter das hier kommt mir bekannt vor na gut hier kommt mir alles bekannt vor an sich tatsächlich sieht es hier gerade neu aus oder so als würde ich komplett raus gehen Moment mal wo bin ich wo bin ich ne oder jetzt habe ich mein Fernglas weggeworfen ich bin ein Held ich bin ein Held so da oben da komme ich was zum ich weiß nicht ob das jetzt hier gut ist wo ich bin oder nicht ich bin hier eben durchgerannt ich bin hier eben durchgerannt richtig oder auch nicht keine Ahnung ja ich bin extrem verwirrt es ist nicht der richtige Weg es ist der falsche Weg es ist der richtige Weg ich hab keine Ahnung ich weiß nicht mal wo ich bin ich hab mich so derbe verlaufen ich hab den Boss gefunden jo ist klar ich hab den Boss gefunden okay da ist eine Seele ich hab jetzt ganz viele von diesen 11 Meckensteinen da ich glaub ich setz mal einen warte mal wie viele habe ich ich hab 13 Stück ich werde jetzt einen einsetzen um zu hoffen dass der ich werde wieder überlebt ich ich hoffe gerade einfach nur ich mach mal lieber hier was okay äh die Frage ist kann ich ich habe gerade bin ja gerade relativ feuerresistent oder nicht kann ich noch mehr flammenresistenz machen ich kann den gleichen Ring nicht zweimal antragen das machen wir klar ja dann brauchen wir theoretisch auch verbessert die Tarnung wir machen die Tarnung hoch weil wir sind ja nicht ja gut okay das wird doch jetzt der Boss sein ne ja das wird auf jeden Fall der Boss sein oh Gott oh Gott ich hab Angst sonst wird ein Feuerboss mit Sicherheit oh ist Herr der Ringe oder so ja war klar ja like Herr der Ringe like I said das ist der Ballrock hallöchen okay du bist ein bisschen mobiler als der Ballrock du bist nicht ganz so langsam das ist natürlich wunderbar dankeschön und du brennst und ich äh okay Flammenschleicher bitte sei besser als der andere Boss wow okay ich kann unter ihn durch das ist schon gut äh okay machst du auch Ranger-Tank Aua ich zieh dem kaum was ab oh fuck oh fuck oh fuck it hurts it hurts a bit it hurts it hurts right runter ja right okay bis jetzt geht's noch fuck warum sag ich sowas überhaupt nein steh auf komm schau ich will ihn beim ersten versuchen mal ansonsten kein Problem nein hab ich mich keine Ahnung wie ich wieder zu diesem Boss finde haha das ist leider mein voller 1 mein Leben aufhören fuck okay er macht zum Glück nicht allzu heftigen Schad wollte ich gerade sagen okay ich frage ist ob der noch mehr kann oh fuck was habt ihr getan okay okay Aua schnell heilen auch wenn ich nur halbes Leben verloren hab oder ein drittel Leben verloren hab ich heil mich so oft ich kann wenn er gerade irgendwie am weg gehen ist oder so wow fuck okay er macht echt nicht so viel Schaden das ist gut aber dafür macht er mehr Aua fuck aber zu viel Schaden sehr schön sehr schön Hauptsache ich bleib bei full life das ist mir egal ok noch zu schauen fuck ich habe eine Hälfte down das kann funktionieren hier der war doof weg 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 mehr 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 HALEN und weg oh gut gut ok ok anspruchsvoll nicht unmöglich nes was war das jetzt sie ohne wo wo ist hat mir nichts abgezogen so ok könnte man ich hauptsache ich bleib irgendwie bei full life Ah, fuck Okay, das ist jetzt ganz schlecht Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht Ganz schlecht Ganz schlecht Lass es Bitte Ja Oh Gott, gerade noch das Heilding eingesetzt Okay Fuck, ey Mach mir nicht so einen Schrecken, Spaß Aua Fuck Ich sehe nichts Oh, er wird schwerer gerade irgendwie Warum wird er schwerer? Er zieht mir noch mehr Shit ab Warum? Fuck Oh, ich habe mich gerade angesperrt Ist nicht gut Okay, nochmal Einfach volles Leben Hauptsache ich habe volles Leben Okay Oh, bitte, bitte Bitte Nein Okay Ja, ich nehme es zurück Ich dachte schon, ich hätte ihn gebackt Ich hätte gerade nichts dagegen gehabt, um ehrlich zu sein Scheiße Oh, gut, dass die mir Lava nehmen Ich habe kaum noch Möglichkeit, ihn anzugreifen Jetzt wird es schlecht Boah Oh Die selten ich Hit an den bringe, ne? Oh, das ist mir relativ egal Solange ich Irgendwas sehe Ich habe dich gemacht, dass ich hier habe Hier habe ich nicht so viele Ich habe nicht so viele Ich habe keine Sorgen Aber ich habe nicht so viele Sterb einfach. Ja! 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 Im ersten Versuch! Und aber einfach nur durch... ...hier der Vermögen gefragt. Heilige Scheiße! Es läuft so gut! Geil, Stein berühren auf. Zurück zum Nexus! Ja, Gott, ey! ist das gut ist das gut so als allererstes auf zum lagerhain ich muss diese ganzen verfickten steine loswerden das ist überhaupt nicht mehr witzig was ich wie viele steine ich habe wie viel gegenstands lässt dass mir wegballert das ist ja echt nicht mehr feierlich ist das gut scheiße oder ihr könnt euch gar nicht vor ort es ist ja nicht vorstellen dass das gar nicht so heilig okay erstens von der frage erstens ausrüstung reparieren das ist ganz wichtig weil ich kann heute nicht mehr ich mache da immer jetzt gleich schluss das ist heute war es das war's für heute glaube ich was die menschen betrifft vielleicht nacht noch mal aber jetzt erst erst mal waffe aufwerten wollte ich gucken da ok ich brauche noch zwei große scharfsteinscherben dann kann ich meinen stück hat auch für sechs machen das wäre dann auch schon mal schön apropos mir fällt da gerade was auf kann ich eigentlich hallo hallo reden waffe aufwerten kann ich eigentlich mein bogen auch mit hartstein scherben aha ach so das sind die die ich auch momentan hartstein scherben das sind doch andere wo ich sollte wir machen unseren bogen hier wir können denn jetzt auf fluss qualitäts nee ich mache den einfach hoch haben wir einen bogen plus fünf das ist doch auch mal stellen auch mal nicht schlecht mit den restlichen seelen werden wir jetzt uns wieder leveln moment ich will mal eben bitte nein ich bin nicht fertig ich möchte mich kurz eine kleine seele einsetzen irgendwas kleines nicht das ganz hohes hier eine unbekannte soldatensäle zum beispiel wie viel bringt mir die 200 reichen glaube ich nicht unbekannte hellen seele daneben die 1180 und haben wir gleich zack wir haben auch erst mal die weg obwohl machen wir nehmen auch die so 123 reicht das schon oder nicht ja es müsste glaube ich reichen nein tut es nicht wiss nein wir haben 20 zu wenig sehen okay dann eben doch noch mal sorry gut jetzt aber aber genug um noch einmal aufzuleveln noch mal vitalität dankeschön danke okay wir werden hier wenn ich noch etwas machen bis dahin wir schauen wie ich soll hier die hahaha Ha 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 ha.